Hallo und willkommen wieder zurück zu Dead or Alive Last Round Also im fünften Teil von Dead or Alive Ich habe es lange nicht mehr gespielt Der Grund dazu war Ich hatte immer keine Zeit oder Hatte dem Moment keine Lust es aufzunehmen Oder hab daran nicht gedacht Ich hab letztens Chrissy, Rick und Janine Ne Quatsch Bayman, Chrissy und Rick gespielt Heute kommen Janine, Zack und Ayane Ich glaube ich habe immer mit dem ersten Kostüm Ja Wo ist denn der Unterschied Achso, er hat eine Kette da oben Tolle Frisur Ich habe ganz kurz Bevor ich aufgenommen habe, nochmal kurz ein Training gemacht Um kurz wieder rein zu kommen Und dann Und dann Das war eine Krise, oh mein, seht ihr Slip, ja, wo ich hingucke, wa? Die Fäuste haben mich noch nie in einem Kampf enttäuscht. Also freu dich doch. Jetzt kommt der Weihnachtsmann, er möchte sich an Weihnachtsfrau rächen. Oh, renn doch einfach. Wer ist, wer ist? Wer ist? Wer ist? Wer ist? Wer ist? Sarah! Was war das denn von mir? Ich bin irgendwie grad total konzentriert auf dem Spiel, deswegen sag ich grad nix. Ja, das kennen wir schon. Dieser! Wieso rennen die nicht mehr? Ja, zwei Tänzer. Nein, ist nur eine Tänzerin. Nein! Ja! 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 Null! Ähm! Der war gut! Aber nicht so gut! Haha, war wohl nix Ey Boah, der war mies Ich denke mal, dass ich den Kampf verlieren werde Schon? Was hat der gerade da noch gemacht? Was hat der Wacken? Zack ist bereit für den Neuen All right, los geht's Das Wir sind bereit, fight! Chunt sech, Zack? Wir sind bereit, wir sind bereit, wir sind bereit Wir sind bereit, wir sind bereit Wir sind bereit, wir sind bereit Was? Nein! Gegner denn meine wohnung nein meiner teuer dass ich die wohnung kaputt gemacht du machst es alles kaputt stirb oder war mies aber vor heute dagegen cooler gegen angriff scheiße wieder umgekippt ist einfach ach so das ist der gestand ich dachte es wäre die wüste akira der endgegner quasi was war das denn gerade meine augen kamen gerade so schnell hinterher ich weiß nur dass er mich gegriffen hat dann hat er mich angegriffen dann hat er irgendwie irgendwas gemacht hey akira du bist ein gast charakter ja wir sind hier nicht bei virtual fight da hast du jetzt davon wer glaubst du dass ich bin damit hast du nie verstanden was er damit meint aber ja 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 janie auf dem vierten platz ja scheiße rick darf nicht auf dem zweiten platz bleiben gut ein kurs wählen jetzt kommt zack 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 und bumm und zack ist weg unlustig zack hasumi du wirst anscheinend rausgeschmissen also erst mal gucken wir sein neues kostüm an aa zacki bam 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 Ayanum! Ayanum! Ich hab grad... ...mich an den Kopf gekratzt. Also... ... es hat sich geübt, sondern es hat sich grad komisch angefühlt. Hier kannst du nur auf ne Frau reintreten. Das kannst du bei Rick oder Zhang Li machen. Am besten bei Rick. Aber er ist natürlich ein Antagonist. ... BAM! BAM 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 BAM! It's over! BAM 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 Dwarf Fighter Gas-Charakter hinvor. Und noch zwei weitere. Aber die gehören nicht zu Dwarf Fighter. Und zwar Mechia Ranui und noch Tora Li. Ey! BAM 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 BAM! It's over! Oh Gang Puu! Oh juckt! Ey! Ich sollte mehr auf meine Verteidigung achten. Aber grad noch so geschafft. Oh der war gut, Gang Puu! Gut geduckt! Ey! Shit! Okay. Kann mich hören von dir. Ah, die nicht mit Schätzchen. Was war das denn jetzt? Und? Du bist so voll mit Schnee. Ich helfe dir es abzuwischen. Und vor allen Dingen, ich müsste der Sekt nicht frieren. Und Sarah. Aber es ist ja nur ein Spiel. Mann, Alter. Die soll nicht runterfallen. Die soll nicht runterfallen. Die soll nicht runterfallen.